Ja, willkommen zu dem Stream. Ich hoffe, dass ein paar Leute zuschauen. Vielleicht schauen es auch ein paar hinterher erst. Alle willkommen hier. Das ist ja ganz lustig, das South Pole, aus dem das stattfindet, ist menschenleer. Es gibt vor mir hier einen Mixer, der mich mit Maske anschaut. Und dann weiß ich, der Peter, der ist irgendwo hinten in anderen Räumen versteckt und mischt. Und vor mir sind mehrere Kameras aufgebaut, die alle auf mich zeigen. Und ich muss da mal hin und her gucken und weiß gar nicht, wo ich eigentlich genau hingucken soll. Eigenartig immer dieser Online-Konzert. Das ist mein drittes oder viertes. Es ist immer irgendwie ein eigenartiges Gefühl, gerade am Anfang. Ja, ich spiele noch eins etwas Schnelleres. Kein Anfang, kein Ende. Die Sonne schlägt uns fast nieder. Signalt auf unsere Haut. Wir fallen rauf rein immer wieder. So bequem, so vertraut. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Der Tag neigt sich dem Ende. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir sitzen ums Feuer rum. Wir wärmen unsere Hände. Wir sonnenaufgang ganz stumm. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Kein Anfang und kein Ende. Kein Anfang und kein Ende. Kein Anfang und kein Ende. Nur das, was dazwischen liegt, zählt. Ja.